Und damit willkommen zu einer neuen Folge Dead Space, das Remake und ja, wir sind auf der USC Valoray oder USC Valor, mal gucken. USC Valor gelandet, gestrandet, denn wir hatten in der letzten Folge einen heftigen Kampf gegen den guten Leviathan. Er ist zurückgekehrt, aus der Asche auferstanden und hat das Kommunikationssystem labengelegt und wir haben es geschafft, wieder Friede einzubringen. Und nun sind wir, wie gesagt, auf einem anderen Schiff, auf einem Schiff, wo wir quasi ein Notsignal geschickt hatten. Und das Problem an der Sache ist allerdings, diese Leute hier haben die Kapsel gefunden, geborgen, die der gute Hammond. Wir erinnern uns aus, ich glaube, Folge 1, Folge 2, wo quasi ein ehemaliger Mitarbeiter von denen gewesen ist, sich verwandelt hat. Und ja, nun ist er hier gestrandet und ihr seht, er hat ziemlich viel, ja, Dinge getan. Und nun, ja, nun werden wir weiter unterwegs sein. Berge den Singularitätskern. Okay. Ja, mal gucken, ob wir das schaffen werden. Ich bin gespannt, kann ich diesen Dude mitnehmen. Und ja, wir werden jetzt auf eine neue Art von Wesen treffen, die ziemlich... Ja, toll. Wow. Bis jetzt hast du alles geschafft, das sagst du so einfach. Entzog den Sprengkopf. Ja, als ob. Toll. Jetzt muss ich die Drecksarbeit erledigen, ne? Aber hell. Wir sind halt nur ein Mechaniker, der einen Job erledigt. Wo ist jetzt mein... Da. Kann ich da durch? Okay. Das war nicht klug von mir. Ich bin halt nicht sicher, ob es hier noch irgendwas gibt, ne? Also ich würde jetzt gerne noch mal kurz hier gucken. Und... Mist. Okay, okay. Wir warten. Los. Ähm, hallo? Ah, hallo. Ähm. Was zum Teufel war das? Nur für alle Fälle, falls er wieder aufstehen sollte, ne? Extra vorgesorgt. Damit er nicht noch mal aufstehen kann. Was ist das? Oh, Midi. Okay, wir werden sehr viel belohnt. Aber natürlich nimmt das kein gutes Ende, ne? Oh, ja. Oh, ja. Oh, shit. Okay. Die Soldaten haben durch Staseeinheiten dabei. Als sie sich verwandelt haben, verschmolten diese Einheiten mit ihrem Körper haben. Haben sie verändert. Wir sind verdammt schnell, Isaac. Sei wachsam. Hm, ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt, mein Gott. So. Okay, wo ist hier? Nein. Doch, hier wo ist schon auf der Seite. Ich erinnere. Oh, shit. Das wollte ich nicht. Hallo? Ähm. 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 Oh, oh. Ich habe... Oh, ich hab's kaputt gemacht. Ja, gut. Ich glaube, das wäre eh kaputt gegangen, ne? Okay. Kommander Kerligan an das gesamte Personal. Wir wurden von feindlichen Kräften geändert. Es handelt sich um Außerirdische. Ich wiederhole. Außerirdische. Und sie sind extrem gefährlich. Alle zu den Waffen. Feuer frei. Okay. Das lief ja dann nicht so prickelnd, ne? Feuer frei. Ja, ja. Alles für'n Eimer. So, hallo. Ach, guck mal. Nice. Habe schon gedacht, wir kriegen den Knoten nicht zusammen, aber wir haben es geschafft. Okay, gut. Ähm. Oh, sorry. Ach ja. Oh, stopp. Oh, shit. Natürlich. Oh, shit. Saramma. Okay, das war doch schön. Wieder mal ein schönes Begrüßungskomitee. Der Planet wird nicht ruhen, bis der Marker zurück ist. Hauen Sie jetzt nicht an! Ah, na toll. Super. Radioaktive Strahlung. Ja, ist doch gut, Mensch. Doch gut. Ja, Fun. So. Vorsicht! Sprengkopf installieren. Exklusiven Materialien unter Verschluss halten. Vorsicht! Sprengkopf installieren. Exklusiven Materialien unter Verschluss halten. Okay, einfach mal gemacht, ne, keine Ahnung. Ah. Äh, okay. Ach da. Ja gut, das lief ja nicht so prickelnd, ich verstehe gerade nicht, warum das jetzt, ja doch, 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 ich verstehe, ja. Okay, 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 andere Idee. Kann ich das Ding jetzt deaktivieren? Nee, kann ich nicht, verdammt. Ja, 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 ja. Vorsicht, spreng kommt instabiliert. Okay, kann ich jetzt, ach so. Oh Gott, ob das gut geht? Vorsicht, spreng kommt instabiliert. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft, ne? Sprengkopf wurde abgeworfen, an der Wehrebrücke. Okay, der Sprengkopf ist weg. Damund, das ergibt keinen Sinn. Wenn die Welle nur auf Patrouille war, warum hatte sie dann eine Atombombe an Bord? Und wenn sie ein Ziel hatte, was ist dann noch hier draußen außer uns? Ja, ich weiß, ich lade gerade den Munitionsbericht herunter. Ich mache dir den Weg zum Maschinenraum frei. Hol den Singularitätskern und lass uns von hier verschwinden. Okay. Okay, hier scheint es nichts mehr zu geben, ne? Ach ja, stimmt, das war ja das Problem. Ja, ist okay. So. Oh, scheiße. Junge. Okay, das war heftig. Sind das Bomben? Ja gut, das sind Bomben, die schön rummachen können. Was? Übung mit scharfer Munition. Nacken. Nacken. Ernsthaft? Geil. Oh scheiße Scheiße Ja toll Und hat mir das jetzt was gebracht? Ist der jetzt kaputt? Wow, okay das war so der Schießstand. Na guck mal, oh ich glaube es hat funktioniert. Okay cool, das finde ich nett, naja ist mir egal, okay zack zack, okay wir können wieder Munition verticken, sehr gut. Shit Alter Scheiße, scheiße Okay, okay. Okay, wir haben überlebt. Alles okay? Geht's dir gut, kann ich dir helfen? Ich glaube ihm ist nicht mehr zu helfen. Ich glaube ich sterb jetzt. Und ich bin tot. Okay Okay Schema Medipack groß. Geil. So. Nein. Warte. Okay. Nein. Da nicht lang. Mist. Nein. 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 Gut, ich glaube, hier gibt es nichts. Jetzt mal, ne? Wir können weitergehen. Wo muss ich schlank? Okay. Okay. Nice. Gib, 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 gib. Okay, das ist kaputt. Gut, hier gibt es keinen Chip, also keinen Knoten, aber viel Munition, ne? Das ist immer gut. So. Okay. Guck mal, da ist die Kapsel, die Rettungskapsel. Schön, ne? Sieht super aus. Okay. 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 Ach, nö. Dankeschön. Okay. 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 Was ist da? Oh shi Oh fuck Oh fuck Okay, das lief nicht so gut Was ist da? Die biologische Gefährdung hat reglos eingeleitet Bitte, 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 bitte Elektroschock, come on, gib ihm Shit Oh fuck Okay Okay Das war's für heute. Karatelleabregelung aufgehoben. Okay. Das war schön. Alter. Junge, Junge. So. Okay, jetzt können wir wieder ganz gemütlich laufen. Okay, von hier ist er rausgebrochen. Ah, ein Kokomo. Okay. 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 Da gab es auf der Welle nicht nur eine Atombombe. Sie waren für einen Krieg ausgerüstet. Es war keine Patrouille. Sie wussten von der Ishimura. Irgendjemand wusste es. Wir waren alle schon tot. Seitdem wir hier ankamen. Okay, jetzt sind wir jetzt anscheinend bei Aliens angekommen. Das war's für heute. Okay. Oh, Gott. Okay, Leute. Okay. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Gut, das lief nicht so gut, wie erwartet. Schade. Oh, danke. Ähm. Hä? Ähm. Okay, ich frag gar nicht erst. Hä? 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 Oh, scheiße. Okay, was ist das? Ah, okay. Ich hätte sie einfach verbrennen lassen können, ne? Einfach verbrennen, aber nö. Ähm. Ähm. Oh! Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh my God. Warnung, Ausfall in allen primärsystemen. Wir, die Warnung liegt in die Luft. Weg! Warnung, Ausfall der primärsysteme. Sofort evaporieren. Warnung, Ausfall der primärsysteme. Sofort evaporieren. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, nice. Tschüss. Okay. Fuck. Okay. 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 Yeah. Das war's. Okay, wir haben den Plasma... Oh, warte mal. Okay, ähm... Perfekt. Okay, der Plasma-Kurter ist komplett gelevelt. Okay, wir haben den Plasma-Kurter. Ähm, wir brauchen... Theoretisch könnte ich sagen, wir können das hier holen. Okay, wir brauchen den Plasma-Kurter. Okay, wir brauchen den Plasma-Kurter. Okay, wir brauchen den Plasma-Kurter. Ich bin ehrlich, ich glaube, die Speedstar-Typen da kommen jetzt nicht mehr. Die sind quasi schon abgefrühstückt. Wenn ich mich nicht zu irre... Einfach mit dem Fuß... Schön. Oh. Oh, scheiße. Okay. 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 Wir brauchen den Plasma-Kurter. Oh, okay. Hier? Hier! Oh! 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 Wir dürfen Ihnen den Marker nicht überlassen. Abriegelung der Station wird aufgehoben. Okay. Habe ich jetzt irgendwo Nebenaufgaben übrig, wo ich sagen würde, reisen wir nochmal zurück? Hauptziel, Nebenziel, wir haben nichts mehr. Okay. Schade. Verdammt, verdrückt. Super. Ach. Ah... Ach. Neu! hmm ja gebetsraum okay nix neues kein neuer anzug dann moment was das was ist was ist das denn schon wieder okay gut hmm hmm ja 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 oh ist das laut ey oh mein gott ey so kann ich mir jetzt kaufen kaufe kaufe ja 60 k anzug größe 30 20 ich bin halt nicht sicher wie viel rüstung ich hier noch bekommen werde aber okay wir müssen 60 credits sparen das geht ja schnell ich bin halt dass ich die nicht öffnen kann ja ich weiß was zu tun ist berät ob wenn im im Was ist das? 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 Du machst einen Fehler, Level 6, okay. Einen Fehler und alles geht schief. Okay, wisst ihr was das bedeutet? Was ist das? 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 Oh, alter... Was ist das? 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 Oh, was ist das? 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 Wieso ist die Tür jetzt offen? Okay, scheiß drauf. Na toll. Wüsste ich eigentlich... ...müsste ich eigentlich nochmal neu starten, um Munition zu sparen. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so leid. Es tut mir leid. Okay. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Nein! 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 Nein, nein, nein! Nein! Okay. Okay. Okay, der Wahnsinn breitet sich aus, das ist nicht gut für uns, oder? Ich weiß ja nicht, du, ne? 20. Das ist ja schon. Nicht während ich speichere. Ich weiß ja nicht, du, ne? Ich weiß ja nicht, du, ne? Ich weiß ja nicht, du, ne? Das war ein Auslöser, Mr. Clark. Oder die Schuld? Hä? Hä? Moment, warte, 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 wenn ich dort aufräumen kann? Ah ja. Ich weiß nicht, du, ne? Dann. Genau. Das klingt doch nicht gesund. Das klingt doch nicht gut. Okay. Oh, Faisal. Oh, fuck. Ja, gut. Das passiert, wenn man denen zu nahe kommt. Ja, gut. Wo war jetzt das Ding? Ja, gut. So, wo hat's das Spide? Oh, Faisal. Oh, Faisal. Ja, gut. Was ist das? Oh Gott, nein! Oh Gott! Okay, okay, okay. Oh Gott, danke. Um, okay. 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 Sorry. Okay. 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 So viel zum Thema. Okay. 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 Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Was? Was? Was ist das? Was? 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 Das ist das? Was? 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 hat? Was? 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 Kommt denn bitteschön auf so ne Idee. So, stimmt. Waren die Türen nicht zu gewesen? Aha. Ich sehe. Blöde Monster-Überbrückung, ey. So, ähm, wo war jetzt das komische Gedingse? Da. Yeah. Oh, scheiße. Och, nö. Nö, nö, nö. Scheiße. Geil. Nein. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ja. Ich bin. Sind die noch da oder ist der tot? Okay. 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 Ich hoffe jetzt kommt nicht nochmal der große Typ an Garant, weil sonst hab ich ein Problem. So gut, das haben wir geschafft. Okay, sehr schön. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, guck mal, hä? Oh, man. Sicherheitsstufe kann nicht ermittelt werden. Master Sicherheitsüberbrückung erforderlich. Okay, das ist uncool. Okay. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Okay, wenn wir den Marker nach Aegis 7 zurückbringen, wird der Ausbruch gestorben? Genau. Aber wir müssen ihn mit dem Schösser zum Planeten bringen. Sie haben einen Singularitätskern? Ich kann sie durchlassen. Was sagen Sie dazu? Wenn wir es so beenden können, dir. Wunderbar. Ich kann ein Maße ablenken, aber nicht lange. Bringen Sie den Marker zur Schösserfampern schnell. Dann kann es der Klag, dass ich meine Fehler wieder gut machen konnte. Okay. Lässt du mich jetzt reilen? Darf ich reilen? Okay. 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 So. Oh! Okay, bringt mir nicht viel. Oh! 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 Sie haben ihn. Installieren Sie jetzt den Singularitätskern im Shuttle. Ich helfe Ihnen den Marker zu verladen. Verdammt, ich habe das gleich da! Beeilung! Oh! Als ob das so einfach geht. Oh! 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 Das war's. Das war's. Okay, ähm, Augenblick. So, da bin ich wieder. 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 Oh, shit. 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 Wenn ich den Marker habe, kommen wir alle hier raus. Okay. Alter, okay, das ist neu. Das hat mich jetzt getroffen. Wie geil war das denn bitte? Wenn ich irgendwo speichern? Okay. 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 Ich weiß schon, sieht schlecht aus, oder was? Okay. 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 Wir haben gar nichts mehr. Okay. 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 Okay.